Na Bimpelbär? Langsam mal das Wohnzimmer erobern. Da macht der Pixie einen Krach. Bixi, bist du ein bisschen stinkig, weil ich dich wieder reingepackt habe? Ja, aber du hast ein bisschen toller gestänkert. Ja, ja, müssen wir in Schrittchen machen. Habe ich gedacht, geht einfacher. Geht aber wohl nicht. Müssen wir langsam machen. Oh, ist da noch ein kleines Schmutz unterm Bauch gewesen? So, wo möchtest du denn jetzt gucken gehen? Das ist ein kleines Schmutz. Kleines Schmutz, kleines Schmutz. Kleines Schmutz. So, ist prima. Toll, Mon die Maus. Ganz klasse. Nochmal schön auf den Putzesessel da. Ja, den lieben wir irgendwie alle. Und du, Kathi? Nein. Musst du leider mal die Hütte zumachen und den Pix da reinpacken. Oh, willst du nicht mit mir reden? Auch gut. Pixi macht ein bisschen Krachkonzert. Reagier dich ein bisschen ab, Pixel. Das ist eine gute Idee. Na, Pimpfebär, noch was angucken gehen? Oder ist der Sessel erstmal aufregend genug? Gut. Gut. Pidum, 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 Pidai, oh, Schilder, oh, und gleich mir rie, rie, rie. Das ist natürlich aufregend, oder auch nicht, da musst du mal untersuchen. So, du Süßmaus, ich muss jetzt mal kurz was essen, 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 wenn du auch was willst, kommst du zu mir, ich habe dicke Bomis und auch eine leckere Himbeere für dich und Wassermelone. Kannst aber auch erstmal noch ein bisschen spazieren gehen, oh, wo ist denn Mundi hingegangen, pass auf deinen Schwanz auf Mundi. Das ist die verschwunden, na ist das ja wohl die, Mundi ist hinter der Couch weg verschwunden, da musst du aber jetzt nicht hinterher gehen, die kommt wieder. Da ist sie wieder, guck mal. So, ich jetzt Hunger. Schön weiter erkunden.